Hallo ihr Lieben, ich bin Jonas und ich habe heute die große Freude euch heute die neuen Sachen und die neuen Ereignisse am Stadion zu zeigen. Kommt mal mit! Hier geht's gleich zu unserer Kabine, unser neuer Trakt, den zeige ich euch später. Hier ein bisschen vorsichtig, wie man sieht, hier steht noch ein bisschen was rum, wird noch ein bisschen gebaut und hier gehen wir immer runter, wenn es zum Spiel geht. Und wenn man so will, das ist unser neuer Stolz, unser neuer Platz. Kunstrasen ist nur bis hier, für die Trainer quasi und fürs Aufwärmen und wir spielen auf schönem Naturrasen. Auch wenn er aussieht wie Kunstrasen, weil er so gut ist, ist es echter. Ganz abgeschlossene, die arbeiten noch nicht, die Jungs sind noch dran. Aber bis zum ersten Heimspiel sind sie fertig. So und hier sind wir dann in unserem neu gestalteten Reich. Letztes Jahr waren wir noch da drüben oder? Und ab heute oder ab diesem Jahr ist dann alles neu. Das sind Bilder vom letzten Jahr, von schönen Momenten. Und hier geht's dann weiter. Toiletten. Und hier Massageraum, für viele eigentlich auch ein Aufenthaltsraum. Hier wird viel gesprochen. Manchmal ist es sehr voller als unsere Kabine. Ganz interessant. Wie man sieht, es ist schon wieder voll. Das ist unser Torwarttrainer. Und die beiden sind hauptverantwortlich, dass es uns ganz gut geht. Mit Massagen und sowas verwöhnen sie uns ein bisschen. Und interessant, dass immer dieselben Leute auf der Liege liegen. Das ist... Und hier geht's dann weiter. Das ist unser Fitnessraum. Ob die Jungs da sind, wenn die Kamera nicht da ist, das wage ich zu bezweifeln. Heute sind sie immer da. Und last but not least unsere Kabine. Unser Heiligtum. Jeder hat genug Platz. Jeder hat seinen eigenen Schrank. Ist auch neu. Alles in schwarz-weiß gehalten. Taktik-Tafel. Hier ist unser Whiteboard. Mit allen neuen Informationen, Trainingsplan. Medizin-Dings. Und überall arbeiten. Weiter geht's nach oben. Willkommen in der größten Baustelle des Stadions. Das dient uns auch als Frühstücks- und als Mittagsraum. Im Moment. Trotz der Umbauarbeiten. Wie man sieht, ist alles noch ausgelegt. Es wird alles frisch gestrichen. Da müssen noch viele Arbeiten gemacht werden. Bis zum ersten Heimspiel wird's auf jeden Fall fertig sein. Die Möbel stehen da hinten schon, ein großer Teil. Dann müssen wir also bloß warten, bis Farbe getrocknet ist. Bis kleine Reparaturarbeiten gemacht sind. Dann können auch die Möbel hingestellt werden. Das waren die News und die Neuigkeiten vom Stadion. Damit ihr wisst, wem ihr nächstes Jahr zujubeln dürft, hier sind die neuen Spieler bei der Hütten-Gaudi. Jau! 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 Sie sind ein neuer Spieler, das war die erste Oppression von Eupen, die Leute von Eupen. Die Spieler, die Leute von Eupen hier? Ja, gute Spieler, gute Gruppe und viele motivierte Leute von Eupen. Es ist nicht normal, dass man das Team in solchen Umständen machen kann. Ich glaube, das war das erste Mal. Nein, das war nicht so. Es war anders. Hier haben wir den Mann, der vorliegt bei uns. Manel, wie bist du? Gut, sehr gut. Schön, ja? Schön. Es ist nicht normal, dass du die Präsentation von einem Team machen kannst. Nein, es ist nicht normal. Es ist die erste Mal in meiner Leben. Ja, ja. Wie fühlst du dich? Tired? Tired, ja. Tired, ja. Ja, wirklich gut. City ist gut. Der Klub ist perfekt. Sie sehen uns sehr gut. Die Team ist gut. Sie sehen gut. Alles gut. Alles perfekt. Perfekt. Wie geht es hier? Ist es leicht zu finden? Es ist leicht zu finden? Es ist leicht zu finden? Es ist leicht zu finden, die Gruppe? Ja. Die Gruppe ist perfekt. Die Team ist, ja. Jeder ist so freundlich. Jungen Spieler. Wir müssen sie helfen. Aber es ist alles gut. Alles gut. Was wünscht für die季ze? We haben das best gemacht, oder? Wir gehen固isen, dann werden wir hochsamen und versuchen immer auf der Räufe. Du wirst nicht wissen. Man muss man es ja, es ist alles. Derigt her. Okay. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Musik Musik